Roblox, TikTok, Reddit Um zu hören, was ich denke, seid ihr Leute noch nicht ready? Roblox, TikTok, Reddit Ich werd Amokläufer, denn ich hab ne gute Menschenkenntnis Im Leben so viel Kämpfe verloren Zuerst wirst du zerquetscht und danach zu was pressen und geformt Jeder Tag in meinem Leben war ein Schlag in meine Fresse Doch ich lass mich nicht verändern, dafür warte ich lieber länger Ich glaub ich laufe morgen Amok, wenn die Sonne nicht scheint Denn ich bin ein Transformierer, so wie Optimus Prime Jede Hoffnung, die ich hatte, war ne heuchlerische Tat Heute können sie's noch verleugnen, doch bald fällt auch ihre Maske Auch wenn ich nur ein wertloses Stück Dreck am Rande der Gesellschaft bin Der keine Ziele hat und völlig weltbremd durch die Gegend rennt Hab ich trotzdem das Recht, dir aufzuzeigen, was du bist Für mich bist du nur eine Fotze und ich möchte Ich geb dir mal wieder ne Chance, ist schon okay Roblox, TikTok, Reddit Um zu hören, was ich denke, seid ihr Leute noch nicht ready Roblox, TikTok, Reddit Ich werd Amokläufer, denn ich hab ne gute Menschenkenntnis Nach Jahren des Versagens ist die Schutzhülle aus Stahlbeton Aber gib mir nochmal ein paar Jahre, um mal klar zu kommen Die Schatten werden dunkler in den Straßen deiner Stadt Aber das juckt nicht, weil du dumm bist, also weiter wie gehabt Es ist simpel, es reicht schon aus deine Augen aufzumachen Ey, die Scheiße, die wir trägt, nicht sehen, reicht aus, um Schluss zu machen Wir gehen raus und machen Party gegen Weltuntergangsstimmung Sag das Haus nicht, dann wird kälter und die Schmerzen immer schlimmer Du hängst ausschließlich mit Opfern, nur noch durchgehend in der Kneipe Ey, dann gibt es auch kein Grund mehr, das scheiß gut darum zu reißen Unsere Zukunft ist gescheitert durch die Dummheit von uns selbst Also mach das Beste draus, bevor der letzte Vorhang fällt Roblox, TikTok, Reddit Um zu hören, was ich denke, seid ihr Leute noch nicht ready Roblox, TikTok, Reddit Ich werd Amokläufer, denn ich hab ne gute Menschenkenntnis Roblox, TikTok, Reddit Um zu hören, was ich denke, seid ihr Leute noch nicht ready Roblox, TikTok, Reddit Ich werd Amokläufer, denn ich hab ne gute Menschenkenntnis Roblox, so let nothing stop you Roblox, TikTok, Reddit